yo freunde herzlich willkommen zu einem neuen unboxing heute haben wir zwei universe booster da geht unsere serie weiter wir wollen ja alle karten aus der serie selber an boxen und als special habe ich heute hier ein booster aus der serie zu roh won letztendlich im live stream hat mir da einer die serie empfohlen hat gemeint das sind auch richtig geile karten und da dachte ich mir hole ich mir einfach mal ein booster und schau mir mal an was da so drin ist ich habe wirklich keine einzige karte aus der serie sind bin ich jetzt mal sehr gespannt ich werde gleich mal gucken was wir so ziehen können sticker karten okay das klingt schon mal interessant und auch eine chance auf eine limitierte ja dann würde ich sagen schauen wir mal rein in die serie ich bin sehr gespannt okay wie machen wir das am besten wie gesagt ich habe keine ahnung von der wie machen wir das jetzt ich würde sagen wir gehen einfach so durch die karten vielleicht ist das jetzt auch schon die starke dann ist es halt so wir haben darf weiter okay die karten sehen echt nicht schlecht aus darf wader dann haben wir todesstern okay dann haben wir da und die star karte okay geiler hono effekt auf jeden fall gefällt mir todes truppler dann haben wir noch director krennic und strike force karte okay geil das ist was ich so feier bei den strike forces sind noch mal das ganze bild abgebildet hier mit mit der karte okay ist auf jeden fall nicht schlecht sieht vielversprechend aus wer weiß vielleicht kommt da ja noch mal in zukunft ein bisschen mehr aber geil auf jeden fall nicht schlecht für den ersten booster jetzt würde ich sagen kommen wir zu den universe boostern im letzten video hatte ich ja extrem viel pech ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt mit den ganzen base packs ja dann hoffe ich dass ich das jetzt hier ein forstmeister drin ist und ja schauen wir rein ob wir auch letztendlich einen bekommen oder ob es weitergeht mit base karten das kann wirklich noch eine geile serie werden wir haben han solo base oh dann haben wir ein richtig geil also kanonenboot da gab es ja legos jetzt zu die ich früher unbedingt haben wollte auf jeden fall kanonenboot richtig geil dann haben wir count dooku base boba fett und ziehen wie eine forstmeister star karte wir haben todes stern star ich mir gar nicht sicher ob ich den schon habe aber das ist auf jeden fall nicht schlecht 98 angriff hier todes stern insta das ist doch vollkommen in ordnung und jetzt kommen ich hatte locker seit 15 boostern ich habe 15 booster geöffnet und nicht ein forstmeister gezogen also sollte hier auf jeden fall nach der logik sollten eigentlich sollte ich eigentlich schon fünf forstmeister ziehen oder so also wenn hier jetzt keiner drin ist wäre das wirklich sehr sehr traurig wir haben captain fasma ein x-wing flügler oh nice gönnoseanischer krieger gab es ja auch geile klonwurst folgen zu c3 pivors episode 7 und ja wisst ihr wie wir das jetzt machen ich schaue weg und ihr seht zuerst was es ist ich drehe es jetzt um ihr seht es schon ich sehe es noch nicht ist es eine forstmeister oh mein gott ja ach mann oh junge gönn doch mal wieso habe ich so viel pech schon wieder ein base pack okay der forstmeister soll mir offensichtlich nicht gegönnt sein ich bin echt gespannt wenn das so weiter geht wie lange die serie noch dauert wie viel booster ich noch öffnen muss wie viel geld ich rauswerfe weil ja wirklich ihr habt das letzte video gesehen so viel pech und es geht weiter noch ein base pack und eine star karte naja wie gesagt vielleicht ist es jetzt einfach nur ein bisschen pech und irgendwann in den nächsten boos dann beginnt dann die glücksserie ich hoffe natürlich das unboxen hat euch gefallen hier es sind einige videos die noch auf euch zukommen in den nächsten tagen deswegen bleibt da gerne dran und wie immer möge die macht mit euch sein ciao